es ist ganz schön schön finde ich immer so sagen ja und somit herzlich willkommen bei zu ein spiel auf jeden fall als wir mal was anderes und gleich ich keine garante ob ich das hier durchspielen werde ich bin generell alles nur an spiel ist nur soweit wie ich lust habe und zeit habe so dass man von der weg wir haben hier unseren bruder hier irgendwie das anscheinend krank ja so wir sind die große schwester und mal irgendwo platzieren wo er sich bisher noch holen kann man hier haben wir alles das liegen wunderbar sollen wir auch gleich hier hinlegen machen wir dann gleich mal so Ich muss die Sicht ändern. Auch etwas, um Tagwurstblut zu stoppen. Die Geschichte, die Geschichte der Stadt. Unsere Geschichte. Okay. Ich habe mir hier nicht so richtig erzählt, oder? Bilder. Hmm, hier haben wir uns... Okay, dann nur zu zweit. Okay. Ich kann mir die Sichtweise erinnern auf Ego. Was war das? Ja, der hat ja eine ziemlich übele Schiffverletzung. Ich kann jetzt leider nicht ranzoomen. Man kann da irgendwie überhaupt nicht ranzoomen. So, oben. So. Okay. Auch geht. Oh Gott, oh Gott, der Arme. Ja. Ich habe so überhaupt keine Ahnung. Ich habe es auch noch nicht irgendwie so richtig angespielt auf der Xbox One. Einmal auch nur gestartet im Prinzip. Und dann letztendlich nicht mehr gemacht wie hier jetzt. So. Wir sollen also erstmal zum Boot zurück. Da sollen wir mal einsteigen. Wir müssen was finden. Okay, ich habe schon was zu sein. Wie es... Rückwärts, vorwärts. Mit E steigen wir wieder aus. Alles klar. Mhm. Ja. Die Figuren sehen ganz niedlich aus. Das mag ich. Und es ist mal was anderes. Das ist jetzt anscheinend auch so nichts an Spiele, wo man es rum... äh... drum geht, ähm... zu schnitzeln und zu hacken und zu töten und so. Und zu schießen. Wo müssen wir denn hin? Das ist gar nicht. Ach, da müssen wir hin. Uh. Vorwärts. Brauchen wir das denn mal so schön. Gut ja, wo müssen wir denn hin? Äh. Ich muss jetzt mal diese Navigationsleiste oben verstehen. Wir sind da lang. Ach, hier ist das schon richtig. Hier müssen wir hin. Ah, okay. So. Lohnes Hotel. Naja, ob es jetzt halt mal lieb, ne? So. Okay. Wo müssen wir jetzt hin? Das ist hier irgendwo hochklettern? Tatsache. Aha. Okay. Okay. Zwei. Oh, bleib. Was ist das? Was ist das? Was ist denn das? Für Gerüche. Okay, okay. Also mit Klettern oder schon nicht so ganz mein Ding. So. Eins von acht. Wir haben die Rundschaft. Ah, okay. Kann ich jetzt gar nicht alles hier so weiten. Hoffentlich irgendwie so verfluchten Rätsel, die ich nicht lösen kann. Okay, die macht ja fast alles alleine. Cool. Hä? War da irgendwas? Da ist was. Okay, dann muss ich aber rüberkommen. Ah, hier. Alles klar. Oh, 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 oh. Jetzt die kleinen, was die jetzt nochmals sagen. Zack, das haben wir. Dann nochmal hier rüber, falls wir das können. Okay, Tagebuch. Geschichte eins. Was das bedeutet, steht in der Shitix und nur diese Zeichen. Gott, krass. Aber da fangen soll. Ob wir Glyphen lesen können, oder? Ähm, wo war die Musik? Die Musik, die Musik, Musik. Musik, Musik, Musik. Wo ist er? Er wird in der Musik lauscht hierher. Ich finde die Musik ist nicht so unbedingt passend. Ich finde die Musik nicht so passend eigentlich. Ah, hier geht's hoch. So. Wollen wir den gehen? Wollen wir gehen? Läuft der mal? Mh-mh. Jetzt wird man laufen. So, hier sehe ich erstmal nichts. Muss wahrscheinlich noch höher. Und hoch. So. Hoffen wir, dass wir was finden für unser Bruder. Inversalien. Inversalien. Ration. Schöne Ration. Okay. Bitte zurück. Hochmüde. Und langer Tag. Wenn. Uhr. Und langer Tag. Nun darf du doch noch laborator. cool. Gut. Gut.